Es ist der 16. Dezember, willkommen bei Profilers Advent Calendar. Und heute soll es um Reichtum gehen. Mittlerweile dürftest du mich gut genug kennen, um zu wissen, dass es hier nur ein ganz kleines bisschen um Geld gehen wird. Im Gegenteil habe ich hier die 007 Reichtümer für dich. Da ist 001 innerer Reichtum, der dein hoffentlich positives Mindset meint, das ein gerüttelt Maß an Selbstrespekt und Spiritualität beinhaltet. 002 körperlicher Reichtum, der sich nicht auf Schönheit bezieht, sondern auf Gesundheit. Nicht umsonst, sagen die Amerikaner, your health is your wealth. 003 sozialer Reichtum, der deine Beziehungen meint, denn wenn deine Beziehungen gut laufen, läuft dein ganzes Leben besser. 004 Karrierereichtum, der sich darauf bezieht, dass du deinen beruflichen Zielen näher kommst. Im besten Falle ist dein Beruf auch deine Berufung. 005 Geldreichtum, ja Geld kann dir vieles ermöglichen, also finde eine positive Einstellung dazu. 006 Abenteuerreichtum, denn er dich mit neuen Erlebnissen beschenkt und 007 Bedeutungsreichtum, der sich auf das so wichtige Bedürfnis bezieht, für andere etwas zu bedeuten und vor allem einen bedeutenden Beitrag in die Gesellschaft zu leisten. So, das sind eine ganze Menge Möglichkeiten, reich zu sein. Ich möchte dich einladen, all diese sieben Reichtümer in dein Leben zu lassen, sie zu ehren und zu mehren.